Vor der KickBass-Saison dick aus dem Fenster lehnen, das können wir. Das können wir und das können auch unsere KickBass-Connect-Creator. Und genau das werden wir heute machen. Servus, mein Name ist Tom vom Laufenlassen-Team. Hey liebe KickBass-Zocker, hier ist der KickBass-Lehrer. Moin Moin, ihr KickBass-Verrückten, hier ist Eric aka Feines KickBass-Memes auf Instagram. Was geht, was geht? Ich bin Tobi aka euer KickBass-Guide. Hi, was geht? Ich bin Nico von KickBass Insider. Freunde, was geht? Ich bin Lars von Doppelpack. Moin Freunde, ich bin Simon, neuerdings bekannt als KickBass-Brother auf Instagram und zweiter Host des Podcasts Punktelieferanten. Moin Leute, ich bin's euer KickBass-Nerd, direkt aus meinem geheimen Nerd-Labor. Ich bin's Melo, die zartschmelzende Schokoladenstimme der Punktelieferanten. Geil, dass ihr am Start seid. Das ist der erste Teil der Season-Prediction. Um mal locker reinzukommen, erstmal Scouts zu befüllen. Frage Nummer 1. Welchen Spieler habt ihr momentan auf dem Radar, der bei anderen vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar ist? Und ich beginne einfach mal. Mein erster Take, Karl Johansson. Kiel momentan klappt 2 Millionen, sinkend auch noch. Den haben wenige auf dem Schirm. Ich glaube durch Kopfballstärke und viele Defensivaktionen. Holstein Kiel eher mit einem 70er-Schnitt, gar nicht so fehl am Platz und für mich sicher gesetzt momentan. Morgan Gilavogui von St. Pauli spielt da jetzt im Sturm, kam vom RC Lenz. Und ich glaube, dass sich Plessin, neuer St. Pauli-Trainer, wirklich was dabei gedacht hat, den zu holen. Hat im Testspiel schon einen guten Eindruck gemacht und hat, glaube ich, gute Chancen, sich bei St. Pauli in der Offensive dauerhaft durchzusetzen und auch den ein oder anderen Scorer zu erzielen. Einige Stucke hat er außerhalb der üblichen Verdächtigen, namentlich Jabot, Roux, Wagnumann oder auch Lebeling. Ich hoffe aber persönlich, dass Leos Jentzer von Heidenheim der neue Jan-Niklas Beste wird, weil ich den gekauft habe. Das bei mir ist Serge Gnabry tatsächlich. Jeder redet über Musiala bei der EM, Michael Ulysse, der neu zu Bayern gekommen ist, Leroy Sané, der letzte Saison richtig krass gespielt hat. Aber gerade Serge Gnabry hat richtig gute Chancen zum Start, Startelf zu spielen. Ulysse ist noch bei Olympia, Sané ist verletzt und passt damit den absoluten Großteil der Vorbereitung. Musiala als EM-Fahrer bisher auch noch nicht in den Testspielen teilgenommen. Und Gnabry hat in den Testspielen immer Startelf gespielt. Für den Preis kann man sich den auf jeden Fall mal mitnehmen. Hier habe ich Patrick Osterhage. Der war einer meiner ersten Spieler auf der Scouting-Liste, auch wenn ich ihn jetzt leider in meiner privaten Liga nicht bekommen habe, glaube ich aber, dass er diese Saison Höfler im Laufe der Zeit den Rang ablaufen kann. Höfler ist ja auch zurzeit schon wieder angeschlagen. Vielleicht bekommt der Osterhage sogar schon eher seine Chance auf Spielzeit. Und ja, er hatte letzte Saison eine starke Rohpunktephase bei Bochum. Wenn er das halbwegs auch in Freiburg so zeigen kann, denke ich, da liegt schon ein bisschen Potenzial diese Saison. Der Spieler, der bei mir ganz oben auf der Scout-Liste steht, der aber sonst bei keinem auf dem Zettel bisher ist, ist Josip Juranovic. Ich weiß, dass die Unioner letztes Jahr vor allem durch die Champions-League-Doppelbelastung als auch in den Jahren davor nicht die besten Punkte gemacht haben, abgesehen von dieser Ultra-Defensiv-Saison. Aber ich glaube, unter Bochum Svensson wird das deutlich besser laufen. Josip Juranovic ist der Mann für alles und für unter 7 Millionen bekommt man da einen absoluten Stil mit. Leider haben die mittlerweile schon ein paar Leute auf dem Schirm, aber er kostet immer noch 500.000, und deswegen sind es wahrscheinlich gar nicht so viele. Und zwar ist es Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg. Der ist in meinen Augen einer der Gewinner der Vorbereitung und hat mit die besten Leistungen in den Testspielen gezeigt. Also ich habe ihn mir in einer Liga auf jeden Fall mal eingepackt und kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass der diese Saison überraschen wird. Bei mir ganz oben auf der Scout-Liste ein Mann, Igor Martanovic. Richtig guter Spieler, hat letztes Jahr in Liga 2 wirklich richtig gut performt, hat sehr, sehr viele Tore gemacht, ist für sich sehr präsent und hat auch den Testspielen gezeigt, wieso mit ihm zu rechnen ist. Ich glaube, Igor Martanovic kann dieses Jahr durchstarten. Und merkt euch, Igor Martanovic in drei, vier Jahren auf jeden Fall Stürmer von Kroatien. Keke top. Keke top ist mein Mann. Ich glaube, dass er mit der Einzige ist, der sich bislang in der Vorbereitung empfehlen konnte. Und ich glaube, dass er speziell zum Saisonstart in der Start-App stehen wird. Ich gehe mit dem Kapitän von Werder Bremen, Marco Friedl. Der Junge hat in der letzten Saison mehr als 50 Rohpunkte pro Spiel gemacht und dafür ist er noch enorm günstig. Und da habe ich ganz klar einen Namen für euch und das ist JBG. Jamie Beino Gittens. Denn Adeyemi sieht wohl so aus, als würde er da jetzt den Abflug machen. Die ersten Angebote, insbesondere aus Turin, die werden jetzt in den nächsten Tagen eintrudeln. Und dann wird an dem Jungen in dieser Saison kein Weg dran vorbeiführen. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass dieser Junge eine Riesensaison spielen wird. Hat im Moment einen Marktwert von 12 Millionen und das für einen potenziellen Stammspieler auf den Außen bei den Dortmundern. Leute, rein da Vollgas auf Jamie Beino Gittens. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Frage Nummer 2. Wen würdest du dir für den aktuellen Marktwert auf keinen Fall in dein Kick-Bass-Team holen? Auch bei der zweiten Frage darf ich den Pacemaker machen und gehe mit Chris Führig. Mehr als 30 Millionen für den Stuttgart, was wahrscheinlich schlechter performen wird als in der vergangenen Saison. Für mich nicht das Geldwert, den hole ich mir nicht ins Team. Die Rassi von Dortmund. Diesen Spieler würde ich für den aktuellen Bereich auf gar keinen Fall holen. 45 Millionen finde ich sehr, sehr viel. Wenn man überlegt, wer noch so in der Preiskategorie ist, sind es meiner Meinung nach Spieler, die mehr am Spiel teilnehmen als er. Und deswegen finde ich an die 50 Millionen, wenn man dann wirklich haben will, für so einen Stürmer zu bezahlen, recht viel. Wenn da die Scorer ausbleiben sollten, dann hat man die in den Sand gesetzt. Und das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das wäre bei mir aktuell Leroy Sané, weil der 2024 wirklich keines seiner drei Beine auf den Boden gebracht hat. Und immer wieder von Verletzungen gehandicapt war und vielleicht auch noch ist. Und dafür ist er mir dann doch zu unsicher und zu teuer. Und zudem finde ich auch Jonas Hofmann und Leon Goretzka etwas zu pricey für den möglichen Output. Da bringe ich euch Jeremy Frimpong mit. Der ist von allen Kickbase-Verteidigern der zwei teuerste nur nach Grimaldo und rechtfertigt das einfach nicht mit seinen Punkten. Dazu wird Leverkusen sicherlich nicht noch eine Saison spielen, in der sie kein Spiel verlieren. Das heißt, auch Frimpong könnte sogar schlechter sein als in der letzten Saison vom Schnitt. Und dann ist er mir einfach deutlich zu teuer. Und hier muss ich mit meinem guten Freund Jeremy Frimpong gehen. Der kostet zurzeit wie ein Big Boy. Er ist aber kein Big Boy. Und außer dem stehen Wechselgerüchte im Raum. Er hat seinen Wechselwunsch hinterlegt bei Bayer Leverkusen. Ja, und ja gut, was soll ich sagen? Der Jeep ist eine Katastrophe vom Tor. Da kann man die Minus 15 für Großchance vergeben schon fest in die Punkte mit einplanen. Und ja, Jeremy braucht halt zwingend seine Scorer, die er zwar letzte Saison auch unheimlich gut gemacht hat. Aber ja, der Typ ist halt einfach keine Rohpunktemaschine. Und ja, deswegen sage ich diese Saison Finger weg von Jeremy Frimpong. Bei den Spielern, die man für den aktuellen Preis gar nicht ins Team nehmen sollte aktuell, gibt es einige Optionen. Es gibt ein paar große Spieler wie ein Andrich, wie ein Hofmann, wie ein Delich, die keine Rolle spielen werden und schon einen ordentlichen Marktwert haben. Aber ich gehe an der Stelle hier mit Lois Openda. Der Mann kostet nur eine Million weniger als Jamal Musiala. Und das ist völlig Banane. Hat zwar letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Ich glaube aber, dass das absolut overpriced ist. Also ganz klar Leon Goretzka. Der ist aktuell 27 Millionen wert. Sinkt zwar inzwischen schon, aber immer noch viel zu teuer. Ich denke jetzt vor allem mit den Neuzugängen bei Bayern wird das die ganze Saison schwer haben. Und das denke ich auf jeden Fall kein Stammspieler mehr. Und dafür ist der Preis natürlich viel zu hoch. Ich persönlich finde Frimpong super teuer. Ich finde Hofmann super teuer. Einfach weil da auch die Gefahr ist, dass ein Frimpong auch den Verein verlässt. Ich finde die Stuttgarter auch sehr teuer. Einfach aus dem Grund, weil jetzt die Dreifachbelastung ist. Und ich nicht glaube, dass sie den Abgang von einem Undaf oder von einem Girassi so auffangen können. Deswegen Stuttgarter, Frimpong, Hofmann. Da gibt es eine schnelle Antwort von mir. Und zwar Chris Führig vom VfB Stuttgart. Er kostet aktuell knapp 36,5 Millionen. Und das ist mir einfach viel zu viel für zu viel Ungewissheit. Ich glaube nicht, dass er nochmal an seinen 130er Schnitt der Vorsaison rankommen wird. Und dann spare ich mir lieber das Geld auf. Plus ein bisschen Overpay. Verein der richtig dicken Fische. Alain Musiala wird es Scharker, Grimaldo oder Kane. Ich gehe mit Chris Führig, weil ich seinen Marktwert enorm spottlich finde. Und ich glaube, dass er seine Peak-Season in der letzten Saison hatte. Das wird jetzt, glaube ich, eine Menge Mitmanagerinnen und Mitmanager überraschen. Aber ich gehe ganz klar mit Pavlovic. Warum? Für den aktuellen Marktwert mit knapp 27 Millionen sehe ich ihn definitiv noch nicht als gesetzten Stammspieler bei den Bayern. Ich gehe eher davon aus, dass er sich eine Menge Spielzeit mit seinem kongenialen Partner Goretzka teilen wird. Und Pavlovic's richtige Durchbruchssaison wird dann erst nächste Saison der Fall sein. Von daher für knapp 30 Millionen definitiv noch kein Kandidat für mich, um zu sagen, da ist ein Viertausender auf jeden Fall drin. Ich gehe davon aus, dass er mit seinem Punkteschnitt von ungefähr 96 aus der letzten Saison ungefähr, da wird er sich auch wieder einpendeln bei roundabout 20 Spielen. Also für 2000 Punkte und dem Wert ist er definitiv es mir nicht wert. Und es wird Zeit für die nächste Frage. Welches Team wird dieses Jahr überraschen? Und ich beginne mit beiden Aufsteigern. Ich glaube, Kiel und St. Pauli sind durchgängig für Kickbase noch zu preiswert, denn sie werden Spiele gewinnen. Sie werden sicherlich mit dem Abschieds kämpfen und eventuell wird auch einer davon absteigen Ende der Saison. Trotzdem haben wir gerade defensiv Leute noch nicht so auf dem Schirm. Deswegen für mich beide Aufsteiger werden aus Kickbase-Sicht überraschen. Da kann ich sagen, dass ich glaube, St. Pauli wird eine gute Rolle spielen. Unter Hürzler haben die sich gut eingespielt, sind eine eingespielte Truppe. Haben zwar mit Hartl natürlich auch einen harten Abgang zu verzeichnen, aber trotzdem haben wir den Transfer mal gut nachgelegt und auch eine gute Spielkultur, sodass ich glaube, dass da auch viele Basispunkte fallen werden oder kommen werden. Und deswegen kann ich den 1. FC St. Paulino wärmstens empfehlen. Ja, positiv überraschend ist hier der falsche Ausdruck, aber ich glaube, dass Gladbach, sofern sie noch hinten 1, 2, 3, 7 Verstärkung fixieren, einen deutlich besseren Tabellenplatz belegen als in der Vorsaison. Also Platz 13. Im Ernst, die Kickbase-Punkte von Gladbach waren letztes Jahr schon ganz okay für die Tabellenplatzierung und ich denke, dass es da einen Sprung nach oben geben wird. Da habe ich euch den VfL Wolfsburg mitgebracht. Letztes Jahr unter Kovac war das punktetechnisch eine absolute Katastrophe, aber unter Hasenhüttl sah das dann zum Ende hin schon wieder ganz gut aus. Zum Beispiel Maxi Arnold, die Konstante bei Wolfsburg, hat aus den letzten 8 Spielen ca. 120 Punkte im Schnitt geholt und das sieht doch schon mal ganz gut aus für die neue Saison. Wolfsburg könnte überraschen. Heidenheim. Ich glaube, viele schreiben die diese Saison ab. Viele denken, dass sie absteigen werden, gerade vor allem, weil sie mit Kleindienst, Dingchi vor allem aber auch ihre besten Spieler verloren haben. Ich finde aber, sie spielen eine ganz passable Vorbereitung, auch wenn es eher schwächere Gegner sind, können die sich da ganz gut einspielen, vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen holen. Und ich sage, sie überraschen damit, dass sie nicht absteigen werden diese Saison. Meine positive Überraschungsmannschaft in der Saison 24-25 ist der 1. FSV Mainz 05. Ich glaube, unter Bo Henriksson hat man in der Rückrunde bereits bewiesen, dass man echt eine super Mannschaft sein kann. Man konnte mit Nadiem Amiri den absoluten Leistungsträger halten und ich glaube, dass dieses Team hier absolut zusammengehalten wurde. Wenn die es jetzt wieder schaffen, Vandenberg zu verpflichten und Brian Gruder den Verein hält, dann kann ich mir vorstellen, als kleiner Hot Take, dass Mainz nächstes Jahr um die europäischen Plätze mitspielt. Ich sage Borussia Mönchengladbach. Ich bin großer Stöger- und Kleindienst-Fan. Jetzt sind sie beide zu Gladbach gewechselt und im Duo könnte das natürlich super klappen. Auch im letzten Testspiel gab es schon die Traumkombi, Stöger-Freistoß, Kleindienst-Kopfballtor. Da könnte ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ich glaube, die Mainzer sind auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man rechnen muss. Ich glaube, in der Rückrunde haben sie gezeigt, dass sie wirklich was können. Gerade mit dem Nadiem Amiri, den man geholt hat, hat man einfach eine andere Präsenz im Mittelfeld. Ich glaube, der wird auch echt gute Kick-Bass-Punkte machen. Und ich glaube, die Mainzer, mit denen ist zu rechnen und die werden vielleicht sogar um Europa oder so ein Platz 8, 9 auf jeden Fall mitspielen. Da habe ich zwei, drei Teams auf dem Schirm tatsächlich und ich entscheide mich schlussendlich für Mainz 05. Ich glaube, dass sie in die starke Rückrunde der Vorsaison anknüpfen können, dass Amiri weiterhin ballen wird, wie er es auch in der Rückrunde getan hat. Johnny Burkhardt vorne im Sturm ist bei 100%. Ich glaube, der wird auch richtig gut knipsen. Und die Defensive steht meiner Meinung nach super stabil. Von daher Mainz 05 ein absolutes Go-To-Team und die werden positiv überraschen. Ich gehe mit Union Berlin back to basics. Keine teuren Stars mehr, sondern hatte Arbeiter und mit Bo Svensson einen Trainer, der wirklich zur Union passt. Wir haben ihn auch schon in den letzten Episoden oder wir haben das Team auch schon in den letzten Episoden sehr oft einmal andiskutiert. Und ich gehe davon aus, dass Wolfsburg diese Saison sehr positiv überraschen wird. Hasenhüttl hat sich da sehr gut etabliert, hat eine bombastische Vorbereitung bisher abgelegt und mit seinem 4-2-2-2 und den spannenden Neuzugängen und insbesondere da Amura vorne drin, neben Wind, der dafür mächtig, mächtig Wirbelsorgen wird, bin ich der festen Überzeugung, dass Wolfsburg dieses Jahr definitiv auf die europäischen Plätze kommen wird. Vom Positiven zum Negativen. Welches Team wird euch enttäuschen diese Saison? Und ich habe vorhin schon Chris Führig, bei der Enttäuschung der Saison wäre sein Geld nicht wert. Jetzt sage ich auch der VfB Stuttgart. Leute, die haben Saison ihres Lebens gespielt. Die haben nicht viel Abgänge, aber trotzdem müssen sie die Dreifachbelastung Champions League und auch jetzt Erwartungshaltung kompensieren. Ich sehe die Marktwerte in keiner Relation zu dem, was wir erwarten können. Von daher eigentlich von Stuttgart wahrscheinlich einen siebten, sechsten Platz, was wahrscheinlich aus Stuttgart-Sicht sogar noch in Ordnung wäre. Muss ich leider sagen, glaube ich, ist SC Freiburg. Ich glaube, die Ära von Christian Streich war was ganz Besonderes und die jetzt einfach so wegzustecken, wird schwierig. Ich glaube auch nicht, dass Freiburg ein Abschiedskandidat sein wird, aber ich glaube auch, dass es nicht um Europa dieses Jahr gehen wird. Ich hoffe natürlich, dass ich Unrecht habe, aber ich glaube, für Freiburg wird das ein hartes Jahr. Auch hier glaube ich nicht, dass es eine krasse Enttäuschung gibt. Ich teile die Liga leistungsmäßig so ein bisschen in eine Dreiklassengesellschaft ein und in der untersten Klasse sind auf jeden Fall dabei Augsburg-Union und sogar noch eine Stufe schlechter unter den letzten vier Plätzen. Die beiden Aufsteiger, also St. Pauli und Kiel und Heidenheim und Bochum. Und nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich trotzdem auf einen Freitagabend-Kracher Heidenheim gegen Kiel, sofern ich da einen Spieler dabei habe, der in meinem Kick-Bass-Team ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann würde ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Knie hauen, bevor ich mir dieses Spiel gebe. Ich denke, Hoffenheim wird auf jeden Fall eine schlechtere Saison spielen als in der letzten Saison. Einfach letzte Saison sind sie noch in die Euroleague gekommen, ganz zum Ende. Jetzt haben sie Dreifach-Belastung. Ich finde, das gibt der Kader, auch was die Tiefe angeht, aktuell nicht her. Ich glaube, das wird man merken. Und die werden sich gerade zum Ende der Hinrunde ziemlich weit unten wiederfinden. Vielleicht schaffen sie es, sich noch zum Ende hin höher zu stellen. Aber ich glaube, Hoffenheim wird eine schwierige Saison spielen. Ich glaube, Gladbach und Union können nicht mehr enttäuschen, als sie das letzte Saison getan haben. Deswegen werde ich jetzt nicht mit den beiden gehen, sondern wähle hier eher einen Risky-Pick, nämlich Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt wird sich diese Saison nicht für die Europa-League beziehungsweise für Europa qualifizieren können. Liegt daran, dass sie mir in der letzten Rückrunde schon gar nicht mehr gut gefallen haben. Da kamen keine Punkte in der Bundesliga rum. Da kamen bis auf wenige Ausnahmen vor allem gar keine Punkte mehr für Kick-Base rum. Und deswegen glaube ich, dass sie es diese Saison schwerer haben werden und sich nicht für Europa qualifizieren können. Eine Mannschaft, die für mich absolut enttäuschen wird, ist der 1. FC Heidenheim. Letztes Jahr auf Platz 8 gefinischt, eine absolute Monster-Saison gespielt. Man hat aber mit Beste und mit Kleindienst die zwei wichtigsten Spieler in der Offensive verloren. Und ich glaube einfach, dass es ein zu großer Impact auf diese Mannschaft sein wird und sie deswegen definitiv um den Abstieg mitspielen werden. Also ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei Heidenheim. Die haben jetzt ihre komplette Offensive mit Dingschi, Kleindienst und Beste verloren. Haben zwar mit Wanner und Censcha zwei Spieler mit viel Potenzial geholt. Allerdings bezweifle ich, dass Heidenheim auch nur annähernd an die letzte Saison anknüpfen kann. Ich sehe bei Stuttgart die Gefahr, dass sie einfach aufgrund der Dreifachbelastung nicht mehr das zeigen können, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Ich glaube, sie sind auch immer eine super Truppe. Ich glaube, es wird auch irgendwas um Platz 6, 7, vielleicht auch Platz 5, vielleicht aber auch eher so Platz 8, 9, weil ich glaube nicht, dass man einfach diese Dreifachbelastung, die Abgänge auffahren kann. Deswegen meine persönliche Enttäuschung ist der VfB Stuttgart. Das finde ich bislang die schwerste Frage. Da habe ich tatsächlich auch kein konkretes Team im Kopf. Ich habe mich aber schlussendlich dann für die TSG Hoffenheim entschieden. Ich glaube nicht, dass sie sich für das internationale Geschäft qualifizieren können. Es gibt für mich ein paar Lücken im Kader, die bislang noch nicht geschlossen wurden. Die Defensive sieht in meinen Augen noch sehr löchrig und nicht sattelfest aus. Wenn jetzt Maxi Bayer im Sturm auch noch geht, dann fehlen einige Scorer, die auch erstmal aufgefangen werden müssen. Von daher glaube ich, dass es eine durchwachsene Saison vor Hoffenheim wird und sie uns irgendwie unterm Strich enttäuschen werden. Ich glaube, dass der VfL Wolfsburg enttäuschen wird. Die letzte Saison war schon nicht wirklich gut. Ich glaube, dass diese Saison auch nicht wirklich besser wird. Das Team wirkt für mich immer noch wie ein bunt zusammengewürfelter Haufen mit relativ wenig Struktur. Deshalb gehe ich mit dem VfL Wolfsburg. Tja, welches Team wird enttäuschen? Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, denn das Team, das definitiv enttäuschen wird, neben den Abstiegskandidaten, ist für mich ganz klar Borussia Mönchengladbach. Wenig bis gar keine Neuzugänge, insbesondere in der Defensive keine nennenswerten Veränderungen, gar Neuzugänge. Wer weiß, vielleicht passiert noch irgendetwas während der Saisonvorbereitung, aber ich gehe da nicht von aus. Ein bisschen was in der Offensive haben sie getan, Stöger mit Kleindienst. Allerdings, wenn man sieht, wie viele Gegentore Gladbach in der letzten Saison kassiert hat, wird sich das in dieser jetzigen Konstellation und für die neue Saison definitiv nicht verändern. Und von daher gehe ich davon aus, dass es Gladbach wieder ganz besonders schwer haben wird in der kommenden Saison. Und ich gehe sogar eher von einem Platz im unteren Tabellendrittel, vielleicht sogar Relegation aus.